Hallo! Heute reiht Pia Wörter mit R aneinander, weil das R so schön rollt. Der Riese-Rollo rutscht rasant eine Rutsche runter. Kannst du das R auch so schön rollen? Pia zeigt dir heute den Buchstaben R. So sieht er aus. Und so sprichst du ihn. R. Nun rollen wir weiter. Ich nenne dir noch mehr Wörter, wo du R am Anfang hören kannst. R ist in Rose. R ist in Rot. R ist in Reiter. R ist in Re. Rose erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com